Hallöchen und herzlich Willkommen zurück bei die Sims 3 Supernatural. So, wo sind wir als letztes stehen geblieben? Gut, die sind alle auf der Arbeit und Rosalinde ist in der Schule. Sie kommt aber gleich nach Hause. Gut, auf geht's. Die kann sich dann gleich duschen, wenn sie nach Hause kommt. Nachdem sie die Wäsche weggeräumt hat. Gut, der Igor kommt gleich nach Hause. Gut, der möchte etwas Spaß haben. Dann kannst du mit jemandem chatten. Herzlichen Glückwunsch. Die guten Leistungen von Igor hat ihm einen Bonus von 480 Simuleus und eine Beförderung eingebracht. Er ist nun keine Dienenkraft. Super. Jetzt kommt endlich mal Geld herein. So, dann können wir auch gleich mal in den Kaufmodus gehen. Und jetzt endlich eine Gitarre kaufen. Und welche nehmen wir hier? Nehmen wir diese. Die passt zu Rosalinde. Und die stellen wir ihr gleich ins Zimmer. Gut. Was könnten wir uns noch kaufen? Einen Geschirrspuler. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Nein, geht sich nicht aus. Gut. Dann das nächste Mal. Da wird sich Rosalinde aber freuen, wenn eine Gitarre in ihrem Zimmer steht. Und da kommt sie auch schon. Duschen. Dann geht sie was essen. Und danach kann sie auch gleich mal Gitarre spielen. Wieso schmeißt sie da die Wäsche hin? Hm. Kommt sie da irgendwo nicht dazu? Hier ist doch leer. Wieso? Naja. Dann lassen wir das mal dem Igor machen. So. Gut. Jetzt ist sie fertig. Ja, wenn du nicht die Wäsche wegbringst, ist ja klar, dass es hier schmutzig ist. Da brauchst du dich nicht aufzuregen. So. Igor hat seine erste Begegnung mit einem Vampir. Er wird garantiert nicht so schnell den Anblick der Spitzenreißszene vergessen. Der hat doch nur mit ihm gechattet. Okay. Gut. Dann noch. Sie können gleich mal hier aufräumen, wie sie von der Arbeit nach Hause kommt. Gut. 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 können wir ihr bei der Arbeit helfen. So, und sie geht jetzt dem Igor was vorspielen mit der Gitarre. Da wird er sich aber freuen. Na, das klingt aber nicht gerade sehr fröhlich. Igor hat erfahren, dass Dante Single ist. Okay. Und der Spaß geht bei ihm auch schon wieder nach oben. Es ist allerseits bekannt, dass Vampire keine Sonne mögen. Na, aber sie muss ja irgendwie nach Hause kommen. Wo ist sie denn? Gut, sie fährt gerade. So. Danach kann sie... ...gleich mal... ...fernsehen. Denn ihr Spaß geht auch hinunter. Wer läuft denn hier? Aha. Gut. So, was möchte sie denn noch? Etwas im Wert für mindestens 500 Simulator kaufen? Nein. Fähigkeitsgitarre lernen? Ja. Mit einem anderen Simtürmen. Na, das braucht sie noch nicht. Und Werwolf treffen. Gut. Komischerweise möchten alle in dieser Familie Karaoke singen. Ich weiß es nicht wieso. Aber gut. Und er möchte sich mit einem Vampir anfreunden. Das kann er gleich mal dann bei seiner Freundin machen. Vampir treffen. Und Fähigkeit Geschicklichkeit lernen. Dann kann er gleich mal das Klo... ...kinder... ...säubern. Was ist denn mit Kovtinella los? Na. So. Jetzt steckt es. So. Na. So. So. Plasmassaft. So, du hast... genug gespielt. Du wirst dann mal färsehen und danach deine Hausaufgaben machen. So. So, du kannst aufhören mit jemandem zu chatten und endlich mal dich um den Haushalt kümmern. Danach kannst du schlafen. Jetzt nicht. Ah, jetzt steckt es schon wieder. Aber ich habe gehört, dass sollen normal sind bei dem Add-on. So. Na, jetzt steckt es aber immer mehr. Was ist denn da los? Jetzt geht es wieder. Gut, du kannst das hier mal aufräumen. Das räumst du auch auf und dann Herz säubern. Und dann kannst du schlafen gehen. So, dann Wäsche waschen. Wo läuft er denn jetzt hin? Jetzt kenne ich mich aber gar nicht mehr aus. Und jetzt ist auch die Luft in einer Ohnmächtig geworden. Na, großartig. Gut, dann geh ich gleich schlafen. Du wäscht hier endlich mal die Wäsche. Hm, eigenartig. Danach kannst du noch das Klo... Oh, das geht nicht mehr. Dann gehst du hier ein Nicker hier machen. Und Rosalina quält sich mit den Hausaufgaben. Das ist nun mal leider so. Na, mach doch leiser die Hausaufgaben, sonst wächst du noch den Igor auf. Gut, die zwei schlafen mal. Dann können wir mal kurz vorspulen. Gut. Ich werde dann doch demnächst vielleicht die letzten Add-Ons noch aufinstallieren, die mir noch fehlen. Da sind eh nur mehr ein oder zwei. Und dann haben wir sie alle. Bis jetzt habe ich ja schon ca. 250 Euro für die gezahlt. Also nicht gerade wenig. Bei einigen zahlt sich der Preis auch aus, aber bei manchen wieder nicht. Was wir hier brauchen ist ein Mülleimer. Den können wir mal kaufen. Damit sie nicht immer hinauslaufen müssen. Hierher. Gut. So, der Igor ist wieder munter. Der hat Hunger. Na, du kochst dir mal was schönes. Klebrige Carbonara. Und was machst du da draußen? Hast du deine Hausaufgaben fertig? Nein. Du machst... Sims lieben gutes Essen. Gut. Gut. Wer mag das nicht? Du gehst jetzt schlafen, Rosalina, und machst morgen dein Hausaufgaben fertig. Ich hoffe, du machst das anständig. Und nachher auch gleich sauber. Nein, nicht du. Du machst nachher sauber nach dem Kochen. Ah, das riecht ja lecker. Mhm. Mhm. Ein bisschen Salz noch und ein bisschen Pfeffer noch. Gut. Fertig. Kannst du gleich mal essen. Dieser Raum ist doch fertig. Hm. Merkwell. Die Nacht genießen. Sieh mal auf die Uhr. Es ist schon nach 23 Uhr und die Nacht bricht an. Genau das mag Igor am liebsten. Wegen Merkmal Nachteule. Gut, dann musst du noch das Geschirch rum, da wir ja noch keinen Geschirchbrüller uns da leisten. Dann gehen wir wieder ein bisschen nach vor. Gut, was könnte der Igor noch machen? Auf den Thron säubern und ihn danach benutzen. Und anschließend noch duschen. Ach, schneller, schneller. Gut, jetzt ist das Tier wieder sauer. Gut, wie weit ist die... Auf die Niedermitte schlafen? Ja, schon ziemlich weit. Die müsste dann... Na, ein bisschen hat sie noch. Die kann man... Aufs Klo... Na, duschen. Böse Dusche nehmen. Sie ist ja auch böse. Und danach Plasma-Saft trinken. Und danach kann sie... Computerspiel spielen. Dann kann er hier noch aufputzen. Und den anderen Rücken auch gleich. Ja, wenn er das möchte. Dann kannst du das gleich mal hier rein machen. Und danach Wäsche waschen. Mal schauen, ob du das jetzt schaffst. Ja, geht doch. Ja, ich weiß, das ist laut. So, dann gehst du auf die Couch. Was nicht ist, brauchen wir dann dringend noch ein Bett. So, dann geht das vor. Und die Wäsche ist fertig. Die kann der Igor dann gleich in den Trockner geben. Die Fahrgemeinschaft für Igor fährt in etwa einer Stunde. Naja, da hat er ja nicht sehr viel geschlafen heute. So, und Gruftinala ist auch gerade aufgestanden. So, und gleich ab damit in einen Trockner. Und einschalten. Du kannst dann aber schon mal los. Du kannst ja auch mal früher in die Arbeit gehen. Und Rosalinde bewegt sich auch schon im Bett. Die steht auch gleich auf. Die kann dann gleich was essen. Mh, ein Müsli. Und danach ihre Hausaufgaben fertig machen. So, die Rechnung können wir auch gleich bezahlen. So, die Rechnung können wir auch gleich bezahlen. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Dann musst du ran. Wer hockt denn hier die ganze Zeit? Ach, das ist das Auto von Igor. Aber da ist der schon längst bei der Arbeit. Ach ja. Der arbeitet ja jetzt bis 15 Uhr. Daher eine Beförderung bekommen hat. Und Mutter spielt schon um 7 Uhr morgens am Computer. Salinda ist ein Glücksbild. Sie fühlt sich pudelwohl und hat das Glück meist von morgens bis abends gebachtet. Der Schulbus für Rosalinde kommt in etwa einer Stunde. Gut, dann haben wir ja noch genug Zeit, um die Hausaufgaben zu machen. Hoffentlich. Gut, dann musst du halt schneller dein Müsli essen. Und wir haben heute zunehmenden Halbmond. Und in zwei Tagen ist wieder Vollmond. So, der Spaß geht nach oben. Der Lust nach unten. Da hat sie genug gespielt. Dann beeil dich mal mit dem Abwaschen. Jetzt hast du deine Hausaufgaben nicht fertig und dann bekommst du Ärger in der Schule. Oh je. Nein, da muss ich halt die Hausaufgaben wie in der Schule machen. Und da wartet der Schulbus. Gut, die Rechnung haben wir auch bezahlt. So, du kannst es dann mal austrinken. Du musst um 10 Uhr zur... Nein, du hast heute frei. Gut, Guftinella hat heute frei. Was machen wir dann mit ihr? Ich werde mir dabei was überlegen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und tschüss. Debrae nach oben. Es geht mit mir. Ich werde den Leuten Umhangen. Garne r Mighty. Und dann beim Zcede für euch. Ich werde wiederum.